Hallo ihr Gewirlinge! Baron Dringel I. verpisst sich mal in die hintere Reihe hier. Die mag einfach schön nach vorn. Und ja, ich könnte jetzt versuchen, hier oben die Outskirts zu beanspruchen. Aber ich glaube, ich mache das nicht. Das mache ich, wenn ich wirklich auf dem Rückweg in die Stadt bin. Ich will vorher ein paar Sachen mehr anschauen. Ich hätte hier was zu erkunden, also zu beanspruchen vielmehr. Loyalität. Und da unten wäre eine neue Örtlichkeit. Dies ist einer der wenigen bekannten Furten durch den Skunkfluss. Trotz der geringen Wassertiefe ist die Strömung hier äußerst stark. Der kalte Fluss scheint begierig darauf zu sein, einem Reisenden den festen Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ihn unter Wasser zu reißen oder sogar seine Besitztümer zu den steinigen Stromstellen flussabwärts zu befördern. Während viele Reisende und Händler diese Furt nutzen, um den Fluss zu überqueren, legen ebenso viele Banditen ihre Opfer hier hinterher. Ja, Banditen. Banditen klingt gut. Aber das mache ich wirklich erst danach. Ja, geht erstmal dahin. Drei Stunden. Achso, macht er das nicht, oder wie? Ah, hier wäre dann der kahle Hügel. Ähm, da geht es auch weiter. Ne, zurück. Abbrechen. Zum kahle Hügel gehe ich dann mal später. Hier. Früchte und Beeren. Bezahle 15 Baronie-Punkte. Keiner 15. Ah, das ist, okay, ja. Um diese Ressourcen zu beanspruchen. Es gibt Loyalität plus eins. Ja, mach das, beanspruchen. So, war es das jetzt? Ach ja, das ist ein kleines Schildchen. Da. Oder so eine Flagge oder irgendetwas. Kann das ein anderer eigentlich wieder wegnehmen, wenn das einmal beansprucht ist? Wäre ja komisch, weil das ist ja mein eigenes Land und wer soll das denn hier beanspruchen? Und nicht einen zwischen die Hirner kriegen. Ach, Hauerscheid. Ach so, die Hauptstadt heißt Hauerscheid. Ach so. Sehe ich jetzt erst. Wie dem auch sei, wir gehen mal hier hin. Skunkfluss. Betreten. Was hätten wir da? Eine Fort durch den Skunkfluss. So heißt das. Das könnte eine größere Karte sein. Schaut mal. Banditenhinterhalt und so. Ach so, apropos Hinterhalt. Ähm, Tringil. Aber gar nicht schlecht, wenn da Kopfmampf dabei wäre. Wegen Wahrnehmungswürfen. Für eure Gnaden. Ne? Wir wachsen Fliegenpilzer. Die Karte kommt da gar nicht durch. Ihr kommt da gar nicht durch. Ob das her ist es ja sehr friedlich. Von einem Fluss ist auch noch nichts zu sehen. Wie üblich, eigentlich wie am Kartenrand lang. Keine Ahnung. Ich habe diese Eingewohnheit, das immer so zu machen. Das mache ich in jedem Spiel so. Was ich auch um. Schon wieder zu Ende? Ne, geht nur steil runter. Steil back up. Helden, könnt ihr da... Ne, ihr könnt da gar nicht lang gehen. Ach, das ist so steil oder was? Oh, ihr seid ja Schisser. Halt. Was? Pause? Wie? Wo? Habt ihr jemanden gesehen? Ich habe nichts gesehen. Was ist los? Hä? Seht ihr hier was? Ich sehe nichts. In Wiese wird hier eine Pause geworfen. Banditin, kommt heraus. Zeigt euch. Ich habe lange keine Keilerei mehr. Der Herr Baron ist auf Krawall gebürstet. Außerdem möchte ich mir gerne das nächste Beutel hier zusammen sparen. Wer bist denn du? Ein wilder Wolf. Stopp. So, trink ihn rein. Wir müssen ein bisschen näher ran. Der wilder Wolf beliebt sich zu verziehen. Da, schieß ihn in den Schwanz. Dann. Ba, 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 ba. Was machst du für eine Scheiße? Die 6 plus 15. Ach, die 6 plus 9, 15. Och, Mensch. Das ist hoffentlich kein Omen hier für den Rest des Kampfes. Das sind ja nur wilde Wolf. Das müsste eigentlich gehen. Wiewohl du mal gern dir den Schild holen kannst. So, überlegen. Ihr helft mal da. Was machst denn du eigentlich? Du machst demoralisiert. Das kannst du machen, ja. Gut. Jetzt helft ihr mal dort. So. Es wurde gesagt, dass die Kette, die ich trage, dass die auch im Fernkampf hilft. Mal gucken. Also, hier. Trinkiel greift wilder Wolf an mit hinterhaltigem Angriff. Schaden. Wie geht denn das? Hier. Da muss ich hin. 1, D8 plus 4 gleich 9 Stich. Und 3, D6 gleich 6 Stich. Also, du würfelst 3 mal einen W6, um den Schaden des hinterhaltigen Angriffs, also den hinterhaltigen Schaden auszuwürfeln. Und du hast von Hause aus, wenn ich mal schauen darf. Ach, wo ist denn das? Hier. Du bist da. Hm. Nee, dann stimmt das nicht, was ihr erzählt habt, liebe Gehrlehrleger, in den Kommentaren, weil der hinterhaltige Angriff trinkt jetzt auf Stufe 5. Er macht ja schon 3, D6 Schaden. Richtig. Der Angriff des Charakters verursacht zuhörlichen Schaden, wenn dem Ziel ein Geschickkeitsmodus... Dieser zuhörliche Schaden beträgt 1, D6 Punkte, erhöht sich auf späteren Stufen um weitere D6 Punkte. Da ich hier auf der Stufe 3 vom hinterhaltigen Angriff bin, nehme ich an, dass diese 3 schon mal die 3, D6 vom hinterhaltigen Angriff sind, die Schadenswürfe. Und eigentlich hätten es, wenn tatsächlich die Kette wirkt, hier die Kette der Doppelkreuze, hätten es eigentlich noch mal zusätzlich 2, D6 sein müssen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Weil das nur im Nahkampf wirkt. Obwohl ihr gesagt habt, dass es auch im Fernkampf wirken würde. Aber wie gesehen, tut es nicht. Ich kann noch mal was anderes mehr anschauen. Du hast bestimmt noch mal irgendwann hinterhaltig geschossen. Hier. Auch da, Trinkiel würfelt immer lediglich 3, D6. Und das sind seine normalen hinterhaltigen Angriffs-, also Schadenswürfe. Nichts mit kumulativ und so. Das heißt, wenn ich einen hinterhaltigen Schaden haben wollen würde, müsste ich das Ding zum Beispiel Regonga umlegen. Ob das so viel Sinn macht, ist natürlich eine andere Frage. So, wilder Wolf, heuten. Oh, ist das schön hier. Wolf, alles einsammeln, danke. Viermal, immerhin. Das war eine schöne kleine Übung. Leute, wie viel braucht ihr eigentlich noch, um aufzusteigen? Oh, das ist noch eine ganze Weile. Ach so, geh mal weg hier. Muss ich, na komm, mach mal. Einmal, einmal heilen. Gut. Dann, Aufstellung. Das war ja bisher nichts. Da oben ist ein Bündel auf der Karte gewesen. Findet ihr einen Geiperscheck? Kommt schon, Leute. Ne, ist doch was. Da ist ganz genau. Da ist was, das sind Pilze. Nämlich. Das ist ganz normal, Pilze zum Kochen. Ganz normale Pilze zum Kochen. Ja, ja, ja. Und grünes Gras in der Baronie. Oder ist das hier noch dein Gebiet? Die Trinklieder oder nicht? Hier scheint die Sonne durchs Blätterdach. Oder durchs Nadeldach. Es gibt recht viele, äh, Nadelbäume in den Raubland. Mal ein bisschen erinnern. Wat, wat, wat? Geiperscheck-Alarm. Da, in einer alten Mauer. Findet jemand was? Trinkl. Uh, 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 uh. Schwierigkeitsgrad 7. Ne, das findet ja jeder. Auf jeden Fall. Da ist es. Was ist denn das? Falle? Ne. Falle seht anders aus. Oh, die Splitter der Armschienen des Ritters. Das ist wieder was für den, ähm, ja, Geschichtenerzähler. Dieser Gegenstand war eins von großer Macht beseelt. Du scheinst einen Splitter eines zerstörten Artefakts gefunden zu haben. Wenn du alle Splitter findest, kann ein geschickter Handwerker das Artefakt wiederherstellen. Schön, schön, schön. Alles einsammeln? Ja, da finde ich doch hoffentlich bald die Nächsten. Aber ich glaube, bei den verkohlten Fragmenten einer Halskette war es so, dass ich die alle auf verschiedenen Karten gefunden habe. Und es waren sieben Stück, glaube ich. Wenn das ja ähnlich viele sind, heißt das, ich müsste erst mal sieben Karten überhaupt hier betreten, also welche ich noch nicht betreten habe. Und vollständig aufdecken, vollständig erkunden, um eine Chance zu haben, überhaupt alle Teile zu finden. So, hier ist jetzt die Furt, oder wie? Aber da oben habe ich jetzt nichts mehr gesehen. Hier ist ja wohl die Furt. Bleib mal hier am Ufer. Patsch mal ein bisschen durchs Wasser. Hier komme ich gar nicht hin. Aha. Ich muss hier durchlaufen. Was problemlos geht. Und dann bekomme ich hier was. Am anderen Ufer bekomme ich gar nichts. Keine Banditen, kein Hinterhalt, kein gar nichts. Ehrlich. Oh, kommt schon, Spiel. Gib mir Rabatz. Gib mir Gegner. Ich kann hier auch viele Bereiche gar nicht betreten. Wenn ich jetzt hier hinkriege, gehen die Leute da gar nicht hin, die Helden. Was, Pause? W-w-w-w-w-w-w-w-w? Wilder Wolf, stopp. So. Herr Baron. Nächste Chance. Sie werden mich nie kommen sehen. Haha, ist das süß. Alter, Alter. Was machst du denn für eine Scheiße? Ach, ihr kämpft gegen Kobold-Wachposten. Schuss. Wie gemein bist du denn? Ah, hier, schaut mal. Jetzt ist es anders. Jetzt ist es anders als gerade eben. Jetzt macht Trinkiel tatsächlich 5d6 Schaden. Ich habe mich nämlich gerade gefragt. Wenn er 25 Schaden macht, das ist aber schon ziemlich viel. Das ist mit 3d6 ja, also 3d6 plus 1d8 kann man das natürlich schaffen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass man so viel schafft. Jetzt ist es anders. Jetzt macht Trinkiel tatsächlich 2d6 hinterlegten Schaden extra. Aber warum vorhin nicht? Es waren doch beides hinterherlegte Angriffe. Warum hat es vorhin 5d6 und jetzt nicht? Also es scheint ab und an zu wirken. Das ist schon mal wichtig. Und gut. Attacke. Moment mal. Ihr seid doch wohl irgendwie alle irre. So. Könnt ihr Mäuse mal bitte angreifen? Mensch. Habt ihr euch da irgendwo im Gefisch festgesetzt? Und Valerie, der Main Tank, kommt irgendwie zuletzt. Das ist aber gar nichts mehr übrig hier. Ja. So sehe ich das nämlich. Repent! Okay. Nochmal gucken. Trinkiel. Hast hier nichts gemacht. Da auch nicht. Aber was hat man daneben geschossen? Der würfelt hier eine 3. Dann würfelt Trinkiel eine 5. Und dann schließlich würfelt er eine 1. Sag mal. 3, 5, 1. Es geht schon wieder los. Das ist doch alles scheiße. Der hat auch 13, 15, 11 würfeln können. Das war genauso wahrscheinlich. Mann, oh Mann. Hier. Das ist wiederum ein... Das ist ein hinterhaltiger Angriff. Nein, ist es nicht. Hier. Der ist aber hinterhaltig. Das ist komisch. Jetzt, wo ich vorhin gesagt habe, dass es nicht geht, jetzt geht es plötzlich. Aber warum ging es vorhin und... Also warum geht es jetzt und vorhin ging es nicht? Das verstehe ich nicht. Es muss doch irgendeinen Unterschied geben. Naja, die Kette wirkt. Ab und zu. Sammelt ein. Da ist noch ein Kobold-Wachbosten dabei gewesen. Der hat sich mit den Wölfen angelegt. Ansonsten ist hier nichts bemerkenswertes. Häuten und einsammeln. Danke. Sammelt euch. Das ist nicht weit. Also, Galtargu, man braucht Butter, Pilze und Geflügel. Eine ausführliche Anleitung zur Zubereitung eines köstlichen Gerichts. Äh, kopieren. Danke. Das kann auch hier oben lang zurücklaufen. Aber da ist Kartenrand, glaube ich. Ich bin mir sicher. Ja, da deckt ja gar nichts mehr auf. Kartenrand bis zum Weg. Das Interessanteste ist wahrscheinlich hier unten in diese abgeschirmte und ansonsten von anderer Seite aus nicht zugängliche Lichtung zu laufen. Mit viel Fantasie kann man es auch als einen kleinen Talkessel bezeichnen. Wo, der Herr Baron? Was findet? Fragezeichen. Und sei denn tot? Nein. Und sei denn Glück? Nein. Aber ein Geheimverscheck. Stopp, 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 stopp. Geheimverscheck-Alarm. Da, 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 da. What's that? Amiri hat's geschafft. Schwierigkeitsrate 19. Amiri, Tringil ist fast genauso weit weg. Hast du das wieder nicht geschafft? Ach, minf. Habe da die Augen auf, Tringil. Was ist denn das? Das ist ein Thorak-Anhänger. Ein Andecken einer längst vergangenen Zeit. Ein Antiquitäten, ein erfahrener Antiquitäten-Sammler würde gewiss gut dafür bezahlen. Das ist wieder dann irgendeine Geschichte. Danke. Noch was hier? Ne, ihr kommt hier gar nicht näher ran. Gut, also, da war dieser Anhänger. Hier war das Rezept und Wölfe und Kobolde. Ansonsten war hier nichts. Da komme ich gar nicht hin. Ich kann versuchen, da oben am Kartenrand weiter lang zu laufen, um mir das noch anzuschauen. Mach das mal. Die Sonne scheint, die Pilze sprießen und irgendwer löst eine Pause aus. Ein wilder Wolf. Stopp. Herr Baron, darf ich bitten? Jetzt geht der weg, der Wolf, der Lord. Steh mal weg. Kannst du von da aus nicht einfach hier über die Wiese gehen? Ne, es geht nicht, ja? Es wäre ja auch zu einfach. They never see me coming. Schuss. Wo bist denn du? Da war doch gerade ein Wolf. Da. Platzschuss. Der wirbelt eine Zwei. Diese magische Anziehungskraft der unteren Hälfte des Würfels für den Herrn Baron. Das ist unglaublich. So, hier. Oh, da ist ein Helfer. Wurf davon. So. Wo ist der Main Tank? Wo bist denn du? Du stehst falsch. Das ist egal. Da muss Amiri den tanken. Du, dort. Und ihr. Helft ihm. Und du machst schon mal hier den da. Der beißt den tot. Der kannste nichts dagegen tun. Herr Michel kann sich die Fingerwund heilen. Und schon wieder Teil der Pistole ist. Es ist zum Reiern. Herr Alpha Wolf. Du wirst es nicht gewinnen. Siehste? 19. Friss Schaden. Ich heile Amiri schon gar nicht mehr. Er soll endlich Valerie angiften. Volle die Schnauze. Das war aber ein ganz normaler. Es war nur ein kritischer Treffer. Es war kein hinterhältiger Treffer. Was hat er drin gewürfelt? Er hat wieder die Eins. Okay. Hier hat er eine 20 gewürfelt. Er kann auch 20 gewürfeln. Der gute Herr Baron. Hier eine Eins. Du würfelst nicht. Moment mal. Du würfelst hier eine Eins. Und in deinem nächsten Angriff würfelst du wieder eine Eins. Sag mal. Spinnst du drin, Giel? Und hier eine Sechs. Und hier eine Zwei. Und hier eine Fünf. Der hätte auch 11, 11, 16 und 15 würfeln können. Und 12 und so weiter. Aber... Hier. Hier ist wieder Schaden. Hier ist der Schaden wieder nur einfach. Warum? Warum ist er bei manchen Kämpfen? Zählt die Kette mit, bei anderen nicht? Ich weiß nicht warum. Warum? Das ist... Mir nicht begreiflich. Naja. Wir haben gewonnen. Ich wollte ohnehin nicht mehr so weit gehen hier. Michel flickt die mal zusammen. Die haben gelitten. Was haben wir hier? Ja. Feuerball werden wir nicht benutzen. Schwere Wunden heilen. Erbrüßchen. Das 17. Das war nicht so berühmt. Reich noch mal auf. Grünchen Turinus. Der dich wüstern angeifert. Oder ansammert. Während du ihn verbindest. Oder was auch immer du tust. Das gefällt ihm sehr gut. Und hier noch mal den. Agritium Turinus. Und dann noch mal den. Und dann kann auch schon fast nichts mehr Schlimmes passieren. Wilderwolf Schatz. Ja gut. Schatz gibt es hier nicht heute. Was? Nichts. Ach, Christian. Was hat denn der Alpha Wolf? Was hat der Alpha Wolf? Hier. Versteckt. Bewacht. Da. Da hast du. Ein. Baumstumpf. Mit. Einem Ring. Einem Schutzring. Plus eins. Ein Schutzring. Plus eins. Das war. Ablenkungsbonus. Rüstungslasse und so weiter. Kann den auch irgendjemand benutzen? Warst du sowas garantiert schon? Genau. Das ist nicht kumulativ. Heißt es ja. Exakt. Nutzt dir nichts. Warst du sowas auch schon? Du warst sowas auch schon. Der Herr Baron könnte es tragen. Nee. Kannst du nicht, weil Tartuccios Geschenk das auch schon so macht. Ja. Tartuccios Geschenk macht genau das gleiche, was auch ein Schutzring. Plus eins macht. Es macht halt nur ein bisschen mit anderem rollenspielerischen Hintergrund. Aber du. Du kannst es vielleicht benutzen. Ja. Bei dir wirkt es dann. Herzlichen Glückwunsch, Octavia. Kommt schon. Schaut euch um. Wir finden noch was Schönes. Ein paar Kräuter zum Würzen. Nee. Wollte ich ja gar nicht runter. Da wollte ich ja gar nicht. Also ihr wollt echt nach hinten nicht hin? Ehrlich? Helden? Nee. Ich krieg ja schon. Aber sie gehen dann maximal da in die Nähe. Hm. Okay. Nee, dann, 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 dann. Kehrt Marsch. Das bringt ja nichts. Dann war das hier wohl die Furt. Ein paar Kämpfe gegen Wölfe. Und ein Rezept und so weiter. Aber ansonsten ist es nichts, was irgendwie Questen oder dergleichen irgendwie anstößt. Oder von sonstiger Tragweite zu sein scheint. Ja, hier oben könnt ihr ja nicht lang. Das ging ja nicht. Das habe ich ja probiert. Da war es ja zu steil für euch Mäuse. Und hier am Ufer lang könnt ihr auch nicht. Ist ein bisschen schade. Aber es scheint so zu sein. Ja, wenn hier was fehlt auf der Karte, dann bitte wieder Bescheid sagen. Aber ich würde behaupten, dass ich hier nichts anderes mehr erkunden kann. Außer genau das, was ich aufgedeckt habe. Deswegen geht man an die nächste Windhose. Da oben hin. Dann geht es nämlich auch schon wieder raus auf die Überlandkarte. Der erste kleine Ausflug als Baron ist getan. Und jetzt geht es tatsächlich zurück. Ja, wir können erst mal ausprobieren, ob das mit dem Tipp funktioniert. Also. Ach, die Baronie geht hier gar nicht. Hier geht es. So, jetzt war ja... Ich verstehe nicht, was das heißt. Was soll das denn sein? Das ist ein Baum. Wieso ist das ein Baum? Das ist alles irgendwie unlogisch. Naja. Jetzt würde ich die Beanspruchung machen. Regionen. So, dahin. Dringil Valerie. 14 Tage. 150 Baronie-Punkte habe ich. Achso, Loyalität. Wie sich das zusammensetzt, diese Punkte, die ich da bekomme, das sieht man auch nicht richtig. Nee. Dann Ereignis starten. Ah, während des Abenteuers kannst du keine Zeit überspringen. Achso, das geht nicht. Ah, okay. Dann geht das hier nicht, tatsächlich. Dann müsste ich wieder zurück. Vielleicht muss ich hier stehen. Wirdigkeit betreten. Abbrechen. Nee, will ich nicht. Nochmal probieren. Regionen. Da. Ach, wenn ich auf der Hauptstadt draufstehe, dann geht es. Ist ja interessant. 14 Tage. Wir haben gerade den vierten Erastus. Das ist immer noch Dringil's Geburtstag. Aber man sieht, auch da läuft die Zeit durch. Da kann man nichts aufhalten. So, Stadtrat ist beansprucht. Also, Autos gehört es. Baronie ist gewachsen. Gut, okay. Also, es macht keinen Unterschied, ob ich das auf der Karte, also hier, oder in den Brunsaal mache. Wertentwicklung. Treffen mit deinem Anführer. Einer der Werte deiner Baronie hat 20 Punkte erreicht. Es wird Zeit, dass du seinen Rang erhöhst. Triff dich zunächst mit deinem Anführer und besprich die Zukunft des Staates. Kehre dazu in deine Hauptstadt zurück und klicke auf die Schaltfläche der jeweiligen Ereigniskarte im Thronsaal. Egal, welche Entscheidungen du triffst, vergiss nicht, dass deine Anführer diese unter Umständen missbilligen. Ist der aktuelle Anführer der Ansicht, dass du zu viel diskutierst, kündigt er. Für immer. Wenn du mit einem Anführer gesprochen und eine Entscheidung getroffen hast, wird ein neues Königreichsprojekt verfügbar, das deinen Werderang erhöht. Du findest es im Reiter Projekte unten in der Bildschirmmitte. Dein Anführer und du benötigen 14 Tage, um das Projekt abzuschließen. Die Zeit wird automatisch besteuern, bis das Projekt abgeschlossen ist. Okay, das will ich jetzt erstmal nicht machen, weil dann ja... Wie lange sind die Monate hier? Auch 30 Tage? Dann hätte ich mit 18 plus 14, ja, dann den 32er. Und dann wäre ich ja schon über den Monatswechsel, was ihr mir ja abgeraten habt, das zu tun. So, Ereignisse. Was haben wir denn hier? Mal kurz geschaut. So, herzlichen Glückwunsch, der Baron. Triumph. Die Feierlichkeiten waren spektakulär. Achso, ich musste da gar nichts weiter tun. Jeder hat an den Festlichkeiten teilgenommen, vom Bauern bis zur Gefolgschaft des Barons. Das hat Gemeinschaften, Militär und Beziehungen gepusht und hat auch noch 20 Baronie-Punkte gebracht, oder wie. Aha. Gut. Weiter. Jetzt nichts. Ach, das ist jetzt abgearbeitet. Wenn es eine grüne Bandage hat, ist es abgearbeitet. Und dann hätte ich hier der Ratwartet im Thronsaal. Eine Ratgeberin möchte irgendwas. Harim hat irgendwas zu tun. Und Angebot einer Zusammenarbeit. Ja, okay. Dann, liebe Gewerlinge, würde ich mal sagen, Triumphiel geht jetzt... Was ist denn da? Geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Wie komme ich denn jetzt da rein? Was ist denn da los? Ach, das ist wieder eine dieser anderen Sachen hier. Wenn ich jetzt hier... Da komme ich nach Hauerscheid. Noch nichts gebaut. Ach, hier betreten. Das geht auch hier. So, Gebäude bauen. Ah, es geht sehr weiter. Du kannst nützliche Gebäude errichten, um die Werte deiner Baronie zu erhöhen. Jedes Gebäude hat Baukosten in Baronie-Punkten und eine Bauzeit. Du kannst mehrere Gebäude gleichzeitig bauen. Um mit dem Bau zu beginnen, wähle von der Liste auf der rechten Bildschirmseite das gewünschte Gebäude aus und positioniere es auf einem freien Platz in der Siedlung. Aha, weiter. Gebäude können Sonderboni verleihen, wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst. Meistens müssen zwei Gebäude nebeneinander stehen, damit sie den Bonus verleihen. Nutze dieses Feature unbedingt zu deinem Vorteil, wenn du eine Siedlung planst. Einige Gebäude können nur in bestimmten Plätzen oder Gebieten gebaut werden. Ein Pier muss beispielsweise am Wasser gebaut werden und eine Mühle darf keine anderen Gebäude neben sich haben. Wenn du ein Gebäude nicht mehr benötigst, kannst du es abreißen und erhältst dabei die Hälfte der für den Bau benötigten Ressourcen zurück. Wenn du ein Gebäude verschieben willst, musst du das alte Gebäude abreißen und es auf dem gewünschten neuen Platz wieder errichten. Du musst dafür keine zusätzlichen BP ausgeben. Du musst hier doch warten, bis der Bau am neuen Shuttleort abgeschlossen ist. Aha. Oh, in der Ansicht war ich noch nicht, tatsächlich. Das ist Hauerscheid. Aha, okay. Hier gibt es ein paar Ecken, wo Leute siedeln. Ansonsten ist da nicht so besonders viel los. Ansehen, das ist Bauen. Was kann ich denn Bauen? Ballsaal, Brauerei, Holzmauer und so weiter. Ja. Okay, das muss ich mir, äh, das muss ich mir schnell anschauen. Gehen wir hier weg? Nee, also von der Kartenansicht der Baronie aus komme ich nicht in die Shuttleien. Dann komme ich in den Bau-Bildschirm. Nee, also weg hier. Und hier auf der Karte, da kann ich reinlaufen. Betreten. Wie kann ich nicht? Ach doch, kann ich schon. Ach, jetzt habe ich jetzt hier, äh, ich kann sowohl als auch. Dann gehe gleich mal in den Thronsaal. Und da kommt schon einer. Ach, Tristian. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, liebe Gewerling, ich mache ja mal Schluss. Das Video ist lang genug und weiter mit Tristian. Was auch immer er möchte, geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin. Bis dann. Vielen Dank.